Wandern ist einfach wunderbar. Kommen Sie mit uns auf die Reise und entdecken Sie die Vielfalt der Wanderwege in Deutschland. Heute präsentieren wir Ihnen einen unserer frisch zertifizierten Qualitätswege Wanderbares Deutschland. Bestens ausgeschildert, von höchster Qualität, streng geprüft vom Deutschen Wanderverband und einfach wanderbar. Bierwanderweg Ehingen. 53 Biere, 5 Brauereien, 1 Weg. Die Anzahl der traditionellen Brauchstätten Ehingens ist in Baden-Württemberg einzigartig. Genussvoll, unterhaltsam und entspannend geht es auf dem Bierwanderweg zu. Der Name verrät es bereits. Auf der 14 Kilometer langen Tour durch und um die Bierkulturstadt Ehingen steht das erfrischende Getränk im Fokus. Die als Stadtwanderung zertifizierte Tour bietet einen spannenden Dreiklang aus Stadtgeschichte, Kulinarik und Naturerlebnis. Auf dem Weg oder nach der Wanderung haben Wanderer demnach viele Gelegenheiten, das Biersortiment der Brauereien zu probieren. Der Weg führt außerhalb der Stadt durch die naturnahe Flusslandschaft des Donautals. Wer sein Bier lieber im Grünen ganz in Ruhe genießt, schnappt sich einfach einen der Leihrucksäcke. Der Deutsche Wanderverband gratuliert dem Bierwanderweg Ehingen zur Zertifizierung.